Ich konnte dir noch gar nicht dafür danken, dass... Gracias, Danny. Gracias. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo, mein Kind. Sind Sie Padre Pietro? Alles tut mir leid. Ah. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Alejandro, wie geht's dir? Gut, denke ich. Hast du die Machete? Noch nicht. Sie war nicht in der Kirche. Cojones, wo könnte sie sonst sein? Mach dir keinen Kopf. Ich kümmere mich darum, ihr Mann. Dani. Was ist? Ich wollte nur sagen, ich weiß, dass es vielleicht schwer ist, mir zu vertrauen. Im Lager gibt es eine Menge neuer Gesichter. Ist schon okay. Ja, nicht jeder kann vergeben wie du. Es steht mir nicht zu zu vergeben, Alejandro. Du tust dein Bestes. Mehr kann ich von ihm an den Verlangen. that technicalistocherinnen. Ah! 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 Fuck. Okay. Bye. Ich bring dich nach Hause. Alejandro, ich hab sie. Och, scheiße. Gott sei Dank. Die Machete deines Vaters sollte einem Montero gehören. Und das wird sie auch. Gracias, Dani. Du hast getan, was ich nicht konnte. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Alejandro Das war genug Geh! Esbada, er ist dein Bruder? Ja, nicht deiner Wie geht's dem Bein? Ich kannte deinen Vater nicht, aber meine Familie arbeitet seit 50 Jahren auf diesem Land Ich habe Infos zu General José Ich gebe dir seine Tenientes Por favor Ihr braucht neue Uniform, Kompais Ich bin so gut, wie geht's? Vielen Dank.